Die schlimmsten Tode, die Menschen gestorben sind. Ein Mann sprang in eine kochende Quelle, um seinen Hund zu retten. Als er rausgezogen wurde, war er noch am Leben und bei Bewusstsein, aber voller Verbrennungen am ganzen Körper. Kurz darauf starb er und musste dabei zusehen, wie sein Hund auf dieselbe Art und Weise verstarb. Folgt für Part 2.